Hi Angel hier für tabletblog.de. Ich bin gerade in der Asus Media Launch in Las Vegas im Rahmen des CES und wir haben hier das Asus VivoTab Smart ME400C, das jetzt in Deutschland erhältlich ist und 499 Euro kostet. Wir haben hier ein 10,1 Zoll Display, Auflösung ist 1366 x 768 Pixel, normales IPS Display. Hier drinnen steckt der Intel Atom Clover Trail Prozessor, 2 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Flashspeicher. Wie ihr seht, läuft hier drauf Windows 8 und natürlich kein Windows AT, sondern wirklich eine volle Version von Windows 8. Ja, das Asus VivoTab Smart macht einen wirklich guten Eindruck, einen besseren als das A-Sycure Tab W510, das ich auch mit mir habe. Die Verarbeitung ist hauptsächlich besser, auch wenn die Hardware natürlich die gleiche ist, aber es fühlt sich einfach ein bisschen hochwertiger an. Das Gehäuse ist aber trotzdem aus Plastik. Gut, gehen wir mal ganz schnell um das Tablet herum. Wir haben hier leider kein Port für eine Dockensstation, dafür aber einen Micro-USB-Anschluss, einen Power-Button, was schon mal sich hier hinter verbirgt. Offenbar noch ein Micro-USB-Anschluss. Dann haben wir hier Audio, einen Ausgang, so eine Wettbewerb für die Lautsprecher, eine Kamera auf der Rückseite mit einem LED-Sitz. Und ja, das war's eigentlich. Als Zubehör gibt es so ein Smart-Cover, das kennen wir schon von Apple so ein bisschen, gibt es wieder die Magneten hier ran und dann kann man das so falten und auf ein Bier stellen. Und wenn es denn nicht richtig her ist, egal, machen wir gerade nicht. Dazu gibt es auf jeden Fall noch eine Bluetooth-Tastatur. Da ist jetzt kein extra Akku für das VipoTab Smart drin. Der Akku-Beraufzeit wird dadurch also nicht verlängert, ihr könnt es auch nicht verbinden, eben nur via Bluetooth. Hier drin befindet sich natürlich trotzdem mein Akku eben für die Tastatur selber, für den Rest jedoch nicht. Ja, das ist das VipoTab Smart ME-F10 auf der CIS in Las Vegas. Vielen Dank, bis zu sehen.